Was haben wir da? Keine Ahnung, das werde ich nicht erkennen. Tut mir leid. Moment mal. Es ist kein... Schweine-Schnauzen-Geräusch. Achso, das Ding macht das Geräusch. Gefahr erkannt, Gefahr noch nicht, gebannt. So, das Ding kloppt da rein. Ist ja nicht so schlimm. Das Ding kloppt da rein, das ist ja auch nicht so schlimm. Würde ich jetzt mal sagen. Es war jetzt nicht sonderlich schwer, dem irgendwie jetzt auszuweichen. Oh, ernsthaft? Jetzt müssen wir auf den Bock drauf springen? Ja, komm. Auch geschafft. Boah. Okay. Auch noch verstehbar. Das Wunderland zu retten, bedeutet dich selbst zu retten. Ja, gut zu wissen. Und ich zu essen bedeutet ziemlich viele Haare im Mund zu haben. Weisheit ist Grießpreis. Okay, das ist jetzt auch nicht so schwer. Eww. Die arme Taube. Okay. Hier haben wir jetzt die Schere. Die Schere. Lasset mich raten. Hm. Ich weiß wie es geht. Aber. Ist okay. Ist okay. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte gerade, äh. Wir verpassen noch was. Aber da müssen wir jetzt lang. Okay. Hier kommen bestimmt Gegner. Ist ein großer Raum immerhin. Oh Leute, ich will nicht mehr kämpfen. Ernsthaft jetzt? Halt auf mit der Scheiße. Ich meine, wir da schon so viel runter tropfen. Was ist denn da oben erst? Nein. Ernsthaft. Darmt. Tür zu. Bin ich jetzt nicht so schwer. Aber auch nicht unbedingt nett. Aber hier kommt ein Gegner. Joa, hier kommt nicht nur ein Gegner. Wer hätte es gedacht. Wir sind in diesem Raum hier anscheinend erstmal sicher. ich nehme beinahe. Nein. Ich nehme einen Ball auf. Ich nehme einen Ball auf. Ich nehme dich jetzt nicht mehr. Ich nehme den Ball auf. Wauw. 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 Das kommt nur an. Wauw. 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 Ich will einfach nur die Kleinen erstmal tot haben, dann wird der Rest nicht so schwer. Ich meine, hier haben sie immerhin eine ganze Arena dafür aufgebaut. Da ist noch so ein Vieh. Ich hasse die Viechen hier. Die sind echt schlimm. Ja genau. Ich kriege gerade aufs Maul. Aua. So. Ja klar, triffst du nicht. Ich brauche nur das eine kleine Baby, dann kann ich mich ganz auf das dicke Ding konzentrieren. Da bin ich erstmal echt glücklich. Du Wichskopf, ey. Soll ich mich nicht abschießen? Soll ich mich angreifen? Das macht er nicht. Das macht er nicht. So sieht es nämlich aus, Hase. Angst? Oh, ich traue nicht so. Ich schon mehr. Na komm. Na komm. Schön. 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 Schön dahin gebackt. So wie ich es liebe. Dann haben wir sie einfach fertig gemacht, die olle Mülpe. Bitte speichern jetzt, ey. Ich will den Scheiß nicht nochmal machen müssen. Ein Aufzug. Da ist jetzt der eigentliche Boss drauf. Sieht aus wie ein Kinderzimmer. Er speichert. Halleluja, ich mach mir ein Flaschbier auf. Aber ich trinke gar kein Bier. What the fuck is going on now? Das ist hundertprozentig blind. Das sehe ich gerade zum ersten Mal in meinem LS-Leben. Okay, da ist eine Flasche. Rette uns. Ah, ich weiß auch schon wo. Ah, sehr schön. Wir sind also wieder in dieser Welt hier. Und wir jetzt im nächsten Kapitel? Nee, eigentlich nicht, weil da kommen ja immer Zwischenfrequenzen. Sequenzen. Vernichte, was dich zu zerstören droht. Okay, wir können noch da. Und wir können da lang. Wir gehen jetzt mal da lang. Denn hier war die Katze. So, ja, was finden wir hier? Zähne. Gucken wir trotzdem mal lang. Ach, ich weiß wo wir sind. Ja, wir sind auch im selben Kapitel. Da hinten ist so ein Raum. Wie ihr seht. Okay. Ach, hier haben wir ja ein Loch im Bubenkopf. Dann bin ich mal gespannt, wie wir da hinten hinkommen. Ah, okay. Ich hoffe, es ist eine Frage. Ich hoffe, es ist eine Frage. Ich hoffe, es ist eine Frage. Ich hoffe, es ist sowas in dem Wort. Bitte seine Frage. Du geile Schneckenmuschel. Fick dich doch. Ja, den großen können wir hier Gott sei Dank recht gut abhalten. Von irgendwas zu tun. Weil die halt das tun können. Wenn wir das relativ gut anstellen, kriegen wir halt auch die Insekten down. Was wir nicht tun müssen. Sondern wir müssen ja nur überleben. Was schon mal ein großer Vorteil ist zu uns. Oh, 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 oh. Achter. Da ist er hinten. Weg hier. Erfolg. Schon? So. Wir kriegen eine neue rosa zu. Geil. Geil. Le-au. Geil. Le-au. 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 Also ich hätte gedacht, wir müssen doch noch um einiges länger aushalten. Oder alle töten bis auf den Großen oder so. Aber nee, die waren recht sozial. Okay. Okay. Hey. Was machst du denn sowas? Oh, nee. Wie war es mit, ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen. Ich wiederhole es gerne nochmal für euch. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt echt mit an. Vorbei. Ich spawne immer mehr von den Kleinen, deswegen das Ziel mit, äh, Ziel festlegen schon fast unmöglich gemacht wird. Aber schön, wir können ihn da reinpacken, sodass er nicht in Zukunft kommt. Wie es mir scheint. Boah, ich vergesse mal, dass er zwei oder mehr oder so gemacht hat. Boah. Ist das schon mal eine SSD installiert? Dann würde es mich wundern, dass hier so Ruckler kommen. Wie viele hat er denn noch? Also einige ist das nicht, ja, du wusst. Hab ich ihn noch killt? Nee, jetzt hast du ja, wie er es richtig ist. Ja, weg damit. Boah, nicht die Kleinen, du fucktart. Mach doch sein fucking fucktart. Ja. 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 Easy. Boah, wie ich die Viecher hast. kann man doch einspringen nein kann man nicht so danach aus wo die angekündigt ja vor dem es macht trotzdem nicht unglaublich viel besser was macht das der pupen kopf kommt und da und cool was macht der andere popen kopf kommt und da so wie soll man da hochkommen ach so anna swing warten noch ab wie ernsthaft kakiu heißt das nicht kakiu kakiu kakiu